Mein Name ist Becker, Annika Becker und das hier ist Folge 007 von Becker und Pfeiffer der Fußball-Podcast und das ist eine wahnsinnig schlechte Einleitung, aber trotzdem begrüße ich sehr, sehr herzlich die Mara Pfeiffer, die wieder hier mit mir sitzt. Hallo Mara. Hallo Annika und ich finde es eine fantastische Einleitung, weil es wird nämlich heute, Achtung, super spannend. Ja, mal sehen, wie viele Stunts und Actionrollen wir hier so im Laufe des Abends oder im Laufe der Folge hinlegen. Wir fangen wie immer mit ein paar Danksagungen an. Die gehen diesmal an Steffen und Martin, die uns beide jeweils unter der Woche spenden und wirklich sehr, sehr extrem liebe Nachrichten noch dazu geschickt haben zu unserem Podcast. Vielen Dank dafür, das ist sehr, sehr toll, dass ihr das gemacht habt. Und ja, damit sind wir dann eigentlich auch schon bei unserer Fußballwoche. Bei mir war Derby-Time angesagt und zwar gab es da ein Unentschieden von Schalke 04, das sich eigentlich wie viel mehr anfühlte, nämlich eigentlich wie ein Sieg, ein 2 zu 2 gegen den BVB. Da kann man dann schon mal ganz zufrieden mit sich sein am Wochenende. Und dazu kam dann obendrauf halt noch, dass die SGS Essen etwas überraschend gegen den SC Freiburg gewonnen hat und sich damit drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert hat. Dazu gab es noch die Ehrung von Kirsten Schlotti-Schlosser für 400 Spiele als Trainerin, 400 Bundesligaspiele wohl bemerkt, als Trainerin auf der Bank bei der SGS. Das ist so ein richtiges Urgestein, seit 87 im Verein noch als Spielerin angefangen und dann irgendwann rübergewechselt. Und ja, genau so war dann das Fußballwochenende für mich eigentlich ziemlich entspannt. Wir hatten da auch, also wir waren zwischendurch nicht so entspannt bei dem Essensspiel bei uns auf der Tribüne. Da war es dann doch ein bisschen spannend mit den ganzen Chancen, die die Freiburgerinnen da so hatten. Aber das Ergebnis nimmt man dann am Ende natürlich gerne mit. Mara, wie sah es denn bei dir aus? Ja, eigentlich auch weitestgehend positiv. TSV Schott, die Frauen des TSV Schott hatten Rückrundenauftakt und haben 5 zu 1 gewonnen gegen Wörstatt. Konnte ich leider nur am Ticker verfolgen, war aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit schon richtig spannend. Und ich bin wirklich sehr neugierig und freue mich darauf, das zu begleiten, wie es bei denen jetzt in der Rückrunde weitergeht und ob es sich wirklich Richtung Aufstieg 2. Liga vielleicht bewegt, wenn sie am Ende Erste werden und in die Relegation kommen. Und für Mainz 05 gab es ein, wie ich immer finde, emotionales Spiel, weil sie nämlich bei der Hertha angetreten sind. Und nicht, dass das besonders emotional wäre, aber die wird eben, wie die meisten ja sicherlich wissen, von Sandro Schwarz trainiert, der sehr, sehr lange in Mainz war. Und das war ein in der ersten Halbzeit über weite Strecken unansehnliches Spiel. Allerdings hat Mainz die in Berlin häufiger, ich weiß nicht so genau, woran das liegt, ein richtig übles habe ich da vor ein paar Jahren. Ah, der Hertha. Und genau, dann in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Am Ende wurde es ein 1 zu 1 und wer sich da tiefer für interessiert, dem legen wir den Rasenfunk ans Herz. Da ist nämlich ein Mainz 05 Schwerpunkt diese Woche mit dem geschätzten Olli, mit dem ich auch die Fußballfibel rund um Mainz 05 kuratiert habe mit ganz vielen Texten. Genau, das mal als kleines Shoutout. Nicht, dass der Rasenfunk irgendwelche Shoutouts bräuchte, den hat er ja sowieso alle schon, aber trotzdem. Und dann war ich am Sonntag, ich habe ja hier letzte oder vorletzte Woche schon gestanden von meiner Co-Dependency, was den HSV angeht. Und wir waren am Sonntag in Karlsruhe im Stadion. Und das war das Weihnachtsgeschenk vom Schwiegerpapa, also von meinem Schwiegerpapa. Und es war sehr unerfreulich. Ich weiß auch nicht, warum wir uns jetzt für das eine Live-Spiel zuletzt ausgerechnet das in Karlsruhe rausgesucht haben. Doch, ich weiß es, weil man da halt Karten bekommen hat und bei den anderen, wo wir es zuletzt versucht haben, halt leider nicht. Da saßen wir in einem sogenannten gemischten Block und ich kann davon nur abraten. Und es war sehr unangenehm teilweise. Naja, und das Spiel war jetzt auch nicht besonders schön, aber wir haben es immerhin wieder nach Hause geschafft. Ohne verprügelt zu werden. Also unterm Strich war es dann doch ein Erfolg. Ja, und das ist auch schon wieder eine himmlische Überleitung, liebe Annika. Weil unterm Strich war auch Gary Linekers Wochenende dann doch erfolgreich. Vielleicht möchtest du uns mal in eines unserer Schwerpunktthemen für heute einführen. Ja, oder aus der Sicht der BBC unterm Strich eher unangenehm. Mit Recht haben sie sich verdient. Mit Recht, ja, mit allem Recht. Genau, Gary Lineker, ich glaube, der braucht keine besondere Vorstellung. Er hat moderiert und kommentiert bei der BBC Fußballspiele und hatte vor einigen Tagen schon auf seinem privaten Twitter-Account die britische Regierung kritisiert. Und ein geplantes Einwanderungsgesetz und dabei die Wortwahl, mit der dieses Gesetz eingeführt und auch so ein bisschen vorgestellt wird, verglichen mit der Sprache in Deutschland in den 30er Jahren. Und hat damit auch nicht unbedingt Unrecht. Also es war kein platter Nazi-Keulen-Vergleich, so wie man das vielleicht anhand mancher Schlagzeilen denken könnte. Und genau, die BBC hat das dann sehr kritisch gesehen und ihn im Prinzip vor die Tür gesetzt. Also er durfte dann seine Sendung nicht weiter moderieren. Match of the Day heißt es. Match of the Day. Und nicht, dass er diese Einführung bräuchte, aber bevor Gary Lineker Fußballspiele moderiert hat, hat er auch das ein oder andere selbst absolviert. Soll ich mir vielleicht noch hinterher schieben. Für die, die sich nur mit dem Fußball der Frauen beschäftigen und vielleicht denken, Gary Lineker nie gehört. Ja, gut. Wir machen das jetzt so super obvious, weißt du, so wie das sonst manchmal bei Nationalspielerinnen, wenn Leute dann so sagen, hey, woher soll ich die kennen, wenn die Frauen Fußball spielen? Also jeden Fußballer, den eigentlich irgendwie alle Menschen, die jemals sich mit einem Fußball auseinandergesetzt haben, kennen, den erklären wir so super umständlich. Also Gary Lineker und zwar, genau, ehemaliger Fußballer und Nationalspieler, please continue. Genau. Durfte dann Match of the Day nicht durchführen, die Sendung und ja, dann hieß es irgendwie erst, okay, wer soll das dann jetzt an seiner Stelle machen und so weiter und so weiter. Und dann haben sich eben ganz viele aus dieser SportjournalistInnen oder ehemalige SpielerInnen, die kommentieren und so weiter solidarisiert und gesagt so, nee, ich will dann ganz bestimmt nicht die Person sein, die da als Ersatz rankart. Und das wurden dann im Laufe des Wochenendes immer mehr und das führte dann dazu, dass nicht nur Match of the Day in so einer absolut verhackstückten Grundfassung nur ausgestrahlt werden konnte, sondern andere Sendungen eben auch, genau. Und jetzt heute am Montag, an dem wir aufnehmen, war dann die neue Entwicklung in der Sache, dass ja bekannt gegeben wurde, dass die BBC und Lineker sich ja sozusagen wieder geeinigt haben, dass er weitermachen kann, dass er sich auch nicht für seinen Tweet, also er hat sich nie für den entschuldigt, er hat den auch nie gelöscht oder sowas, sondern hat halt darauf bestanden, den stehen zu lassen und dass er ab jetzt halt wieder die Sendung moderieren kann von Seiten der BBC aus und das hat er auch so angenommen. Und dazu kommt halt, dass die BBC gesagt hat, sie wollen diese Regelung, die... Social Media Guidelines. Genau, die sie da angewandt haben, dass die halt nochmal angeschaut werden sollen und gegebenenfalls überarbeitet werden sollen. Weil man muss dazu auch noch sagen, er ist kein Festangestellter bei der BBC und erst recht halt nicht zuständig für Politik, sondern halt für Sport und hat dann sozusagen in seiner Freizeit eine politische Äußerung getätigt. So, das ist so der Vordergrund. Der Hintergrund ist dann, dass man natürlich, wenn man sich dann die BBC anguckt und wie die sich so in den letzten Jahren so rund um den Brexit entwickelt hat, dass das Ganze natürlich auch eine medienpolitische Ebene hat, weil genau diese ganze Fernseh- und Radioanstalt halt immer weiter unter Druck gesetzt wurde von den Tories, also von der konservativen Partei. Und es da halt auch einige, ja wie soll man es sagen, einige Verlinkungen oder Skandale gibt, die halt so eigentlich nicht sein dürfen. Also, dass es von Richard Sharp zum Beispiel Spenden gab für die Konservativen und das auch nicht so ganz klar ist bei einem Kredit, den Boris Johnson bekommen hat. Da hat er wohl irgendwie dabei geholfen, dass er den bekommen hat. Also, es gibt da halt so Verlinkungen und Vernetzungen, die nicht sauber sind. Was man vor allen Dingen auch dazu sagen muss, und das haben in UK einige sowohl einfach, also People als auch JournalistInnen gemacht, nochmal darauf hingewiesen, wie viele Leute, die bei der BBC arbeiten und die eben teilweise sogar als politische KommentatorInnen oder in dem Fall kann man sich das gendern, eigentlich sogar sparen. Das waren nämlich, zumindest von dem, was ich gesehen habe, ausschließlich Kommentatoren, wie deutlich die sich in vielen Situationen in den letzten Jahren geäußert haben, teilweise auch auf Accounts, die der BBC dann inhaltlich nochmal näher stehen. Also, weil man muss sagen, was Annika gerade schon angesprochen hat mit Gary Lineker, dass er eben nicht festangestellt ist bei der BBC. Es ist ja nicht so, dass er die BBC beispielsweise in seinem Handle hätte. Also, er ist nach wie vor sehr aktiv auf Twitter, das ist die Social Media Plattform, die er nutzt und da agiert er einfach unter seinem Namen. Und also, während ich finde, dass es ein bisschen zweischneidig ist, wenn JournalistInnen in ihre Biografie schreiben bei Twitter, hier privat, weil man eben nie hundertprozentig privat ist, wenn man in einem Job arbeitet, der eine Öffentlichkeit mit sich bringt, ist es aber eben schon ein Unterschied, ob man seinen Privat-Account oder seinen tatsächlich zu einer Kooperation gehörig und auch entsprechend geframeten Account nutzt. Und Gary Lineker hat eben einfach seinen Account genutzt. Es gibt vom Guardian, also wir werden euch natürlich etliche Links in die Shownotes packen zu dieser Thematik. Es gab heute beim Guardian eine sehr gute Einordnung. Die haben geschrieben, sie würden gerne aufführen, wer die Gewinner und die VerliererInnen in dieser Geschichte sind, weil das aber zu weit führen würde und letztlich alle vor allen Dingen verloren haben. Werden sie jetzt einfach mal nur die Verlierer aufführen? Da geht es natürlich zum einen mal um die BBC, die von einer Seite, die ihr eigentlich nicht recht sein kann, zwar Applaus bekommen hat, aber ansonsten in ihrem Ansehen sehr gelitten. Also wenn man auch gesehen hat, wie viele Wellen das eben außerhalb von UK geschlagen hat. Also es war hier am Samstagabend in den 23 Uhr Nachrichten im Fernsehen. Chairman Richard Sharp hat Annika gerade schon angesprochen, der eben als Donor für die Konservativen ehemals in Erscheinung getreten ist. Lineker selbst kann eigentlich diese Art von Aufmerksamkeit auch nicht so 100 Prozent recht sein, weil der nämlich gerade ja Probleme hat, was so seine Steuerangelegenheiten angeht. Und es wird jetzt natürlich, wo er das für sich ja auch völlig zu Recht als Sieg eben verkaufen kann, Leute geben, die da so richtig hinterher sind. Man muss sagen, dass es eine sehr, sehr positive Sache ist, finde ich, wie solid er da zu seiner Meinung weiterhin steht und auch die Art und Weise, wie er die Einigung verkündet hat und in der er nochmal darauf hingewiesen hat, das waren keine angenehmen Tage für ihn. Aber das, worüber er ursprünglich getwittert hat, nämlich die Lage der Leute, die aus ihrer Heimat fliehen und woanders Sicherheit suchen müssen, ist halt das eigentliche Problem. Also, und das sind auch die Menschen mit den eigentlichen Problemen und nicht er jetzt, der sicherlich kein angenehmes Wochenende hatte, aber ansonsten ja in einer sehr komfortablen Lage ist. Und was ich in dem Guardian-Kommentar sehr, sehr treffend fand, deswegen würde ich das kurz mal auch im Original vorlesen, war, dass sie geschrieben haben, es verliert vor allen Dingen die Regierung, weil there are those who will tell you that any culture war blow up is good news for the conservatives' chances of regaining a bit of lost ground, the fabled red wall. But it's not obvious that this is true if it comes at the cost of infuriating every football fan in the country and adding to the general sense that everything is a bit crap under the Tories. Und ich musste da wirklich drüber lachen, weil als Annika und ich uns ausgetauscht haben am Wochenende über das Thema und darüber, dass wir eben in der Sendung auch größer drüber sprechen wollen, war genau dieser Punkt, also dass diese Themen sind ja immer mal wieder angestoßen worden und es gab auch eben Prominente, die es immer mal wieder angestoßen wurden und angestoßen haben und auch diese Problematik innerhalb der BBC, also dass es da sowas wie, ja schon unterschiedliche Maßstäbe gibt, also dass man eben zuletzt gesehen hat, wenn die Leute sich eindeutig pro Tories geäußert haben, dann ist das eben durchgegangen, also auch bei Leuten, die bei der BBC waren und jetzt, wo es gegen die Regierung ist, geht es plötzlich nicht durch. Also es ist schon sehr klar und was da passiert und das ist aber jetzt eben ausgerechnet im Falle eines Menschen aus dem Fußball so eine Dynamik bekommt, ist eigentlich ja, also wenn man sich mit Fußball beschäftigt und immer wieder versucht, Leuten zu verklickern, was für eine große gesellschaftliche Relevanz Fußball hat und wie viele Leute man über Fußball erreichen kann, ist schon ein bisschen zum Schmunzeln eigentlich, oder Annika? Ja, auf jeden Fall und das zeigt halt dann die große Bedeutung, die der Sport hat, beziehungsweise halt auf wie vielen Ebenen der dann in die Gesellschaft ja auch wieder reinwirkt, so. Ja, und was ich auch noch ganz, ganz spannend fand, du kannst vielleicht, wenn du magst, gleich noch ein bisschen ausführlicher was zum Thema Solidarität sagen, die Lineker erfahren hat. Einer, den ich gerne noch zitieren würde, ist Ian Wright, der einen eigenen Podcast hat, in dem er gesagt hat, Weil es ist wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Wir bekommen das alle mit in der momentanen Zeit, dass es Leute gibt, die sagen, ah, da wird sich zu viel mit Sprache beschäftigt und die Leute sind zu empfindlich und bla, 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 bla. Aber es beginnt mit Sprache. Und wenn man anfängt, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu entmenschlichen über Sprache, setzt das etwas in Gang, was sich nicht aufhalten lässt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Leute aufstehen und es kritisieren, wenn diese Sprache benutzt wird. Ja, und das ist ja was, das hast du ja auch schon erwähnt, was halt gerade in Bezug auf die BBC jetzt auch schon seit Längerem passiert, dass es kritisiert wird. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Äußerungen aus der queeren Szene, wenn es auch durchaus um die Einwanderungsthematik geht, aber halt eben auch um die Rechte von Transmenschen, von queeren Menschen, von nicht-binären Menschen, die beschnitten werden sollen, Lobbyarbeit, die da gemacht wird von einigen sehr prominenten Personen und dass man da auch bei der BBC da auch halt oft gemerkt hat, es gibt so, also es gibt halt so eine Bevorteilung der konservativen Meinung im Gegensatz zu dem anderen. Also das ist so, das ist schon nicht mal mehr False Balance, was ja was ist, was man auch sehr häufig zurecht kritisieren kann, sondern es ist eigentlich schon sehr unbalanciert, könnte man sagen. Dazu auch, also jetzt nicht speziell zu queeren Themen, aber wir haben euch auch verlinkt ein Interview mit Annette Dittert, die ja Korrespondentin ist für die ARD, die halt in dem Interview auch erzählt von einer Talkshow, wo es so war, dass jemand die Lügen von Boris Johnson angesprochen hat, die man ja sogar nachweisen kann. Also es gibt Beweise dafür, wann und worüber er gelogen hat und dass dann die Moderation eingegriffen hat mit so, das ist jetzt aber ein bisschen groß, der Vorwurf und so. Und diese Szenen oder Schriftstücke oder was auch immer, die gab es halt verhäuft. Genau. Und dann das Thema Solidarität, da hatten wir beide uns halt auch drüber ausgetauscht, dass es halt sehr, sehr schön und sehr, sehr erfrischend ist, die erstmal so zu sehen in der ganzen breiten Masse. Und was uns dann aber auch aufgefallen ist und vor allem dir auch als allererstes aufgefallen ist, ist, dass da halt auch ganz viele People und vor allem auch Women of Color dabei sind, die sich sofort solidarisiert haben und gesagt haben, so nee, wenn er rausfliegt, dann machen wir auch nicht weiter oder dann wollen wir halt irgendwie nicht die Ersatzperson sein, sondern wir wollen uns ganz, ganz unbedingt solidarisieren. Was dann aber so im Umkehrschluss dann den Gedanken angeregt hat bei uns beiden von, das ist sehr, sehr schön, wir hoffen, Gary Lineker weiß damit verantwortungsvoll umzugehen, wenn er irgendwann mal in der umgekehrten Position ist, dass er derjenige sein sollte, der vielleicht auf irgendwas verzichtet, um diesen Leuten dann wiederum zu helfen, weil sie halt in der schwächeren Position sind. Also sie sind halt nicht Gary Lineker, sie haben halt die zwar durchaus bekannten, aber halt nicht so bekannten Namen. Und das ist generell, finde ich, ein Anlass, um mal mit sich selbst zu reflektieren. Wann zeigt man sich eigentlich selber solidarisch? Und wenn man solche Vorkommnisse beobachtet, wer sind immer die Leute, die sich am ehesten solidarisieren? Und es sind häufig die, die eigentlich mehr zu verlieren haben als andere, die darauf verzichten, sich zu solidarisieren. Und über dieses Thema, also auch selbst solidarisch zu sein und darauf zu achten, wo ist meine Solidarität gefragt? Ich finde, diese ganze Geschichte rund um Lineker ist ein guter Anlass, um darüber auch für sich selbst mal wieder zu reflektieren. Ja, auf jeden Fall. Tja, und damit kommen wir dann zu einem anderen Thema, wo es vielleicht in naher Zukunft auch so eine Art Reflexionsprozess geben wird. Allerdings einen, der eher was mit Paragraphen zu tun haben wird. Und zwar geht es um die geplanten Neugründungen beziehungsweise Übernahmen von Abteilungen im Fußball der Frauen, konkret um den Fall Hertha BSC und Hertha 03 Zehlendorf. Erzähl du doch da mal ein bisschen was dazu, Mara. Ja, sehr gerne. Und zwar ist es ja bekannt eigentlich mittlerweile, zumindest sicherlich der Bubbel, die sich hier im Podcast einfindet, dass Hertha BSC die Kooperation mit Turbine Potsdam nach dem Auslaufen Ende der Saison nicht verlängern wird und sich um eine Gründung einer eigenen Frauenabteilung bemüht. Und wie das zuletzt auch bei anderen Bundesligisten der Fall war oder aktuell noch ist, also beispielsweise beim VfB Stuttgart oder auch Mainz 05, wird man eben nicht eine Abteilung komplett neu gründen, sondern man wird mit einem Verein zusammenarbeiten. Und da gibt es einige Stolpersteine. Und zwar hatten die beiden Clubs beantragt, also das sogenannte Antragsrecht nur für die erste Frauen, die U17 und die U15 von Hertha 03 auf Hertha BSC zu übertragen. Und dafür mussten sie eben sich um eine Sondergenehmigung bemühen. Und diese Sondergenehmigung ist abgelehnt worden. Und uns ist dann aufgefallen, also dass es eben auch die Diskussion gerade online gab, wo sind da jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen diesem Fall und dem Fall VfB Stuttgart. Ich habe sofort Gemeinsamkeiten gesehen zwischen diesem Fall und eben Mainz 05, die die Kooperation mit TSV Schott, Mainz haben wir ja schon mehrfach hier angesprochen, eingehen, wo es auch Überlegungen gab am Anfang, nur die erste, zweite Mannschaft und die B-Juniorin zu übernehmen und vielleicht den, ich sage mal, eher Kinderfußball bei Schott zu belassen. Und also mal zum Hintergrund vielleicht, das ist ja häufig eben genau im Interesse der abgebenden Vereine, weil die haben über Jahre eine Mädchen- und Frauenabteilung aufgebaut und haben natürlich ein Interesse daran, in diese Kooperationen reinzugehen, weil die Alternative in der Regel wäre, dass ihnen der Bundesligist eben als Konkurrent plötzlich vor der Tür sitzt, was bedeuten würde, sie haben eigentlich überhaupt keine Chance mehr, zumindest ab einer gewissen Altersklasse, die Mädchen oder jungen Frauen eben noch zu halten oder zu bekommen. Deswegen sind diese Kooperationen oft sinnvoll und deswegen bilden sie sich ja auch. Aber natürlich gehört der Mädchen- und Frauenfußball häufig zur DNA der abgebenden Vereine und sie haben deswegen Interesse daran, das nicht komplett abzugeben, sondern im Kinder- und Jugendbereich weiter tätig zu sein. Wir haben beim DFB mal nachgefragt und das ist jetzt teilweise etwas, wie sagt man, förmlich, aber wir wollen euch mal so nah wie möglich an das mit rannehmen, was wir als Antworten bekommen haben. Also zum einen haben wir uns gefragt, was für Befugnisse hat bei diesen Zusammenschlüssen eigentlich der DFB und was für Befugnisse haben die entsprechenden Landesverbände, weil die ja eben häufig beteiligt sind, was die Frauenteams angeht. Und da ist es so, dass die Regelungen des DFB gelten, sobald sich ein Klub für eine oder mehrere der Bundesliga-Spielklassen sportlich qualifizieren kann. Also das betrifft die 1. und die 2. Bundesliga, aber eben auch die B-Juniorinnen-Bundesliga. Und da liegt oft dann sozusagen der Hund begraben bei diesen Zusammenschlüssen, dass die B-Juniorinnen eben in der Bundesliga spielen. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Regularien der Regional- oder Landesverbände maßgeblich, wobei interessanterweise die Aussage des DFB da die ist, die Regelungen sind nach ihrem Kenntnisstand nicht einheitlich, was das natürlich noch ein bisschen komplizierter macht. Im konkreten Fall ist es eben so, dass die B-Juniorinnen von Hertha 03 in der B-Juniorinnen-Bundesliga spielen und deswegen die Regeln des DFB gelten. Und der zentrale Grund für die Ablehnung der Ausnahmegenehmigung eben die entsprechende Rechtslage ist. Die Regelung sieht vor, dass der Spielbetrieb aller Frauen- und Mädchenmannschaften des abgebenden Vereins, das ist in diesem Fall Hertha 03, nach Bestimmung des zuständigen Mitgliedsverbandes auf den aufnehmenden Verein, also Hertha BSC, übertragen wird. Und die Begründung, warum eine Ausnahmegenehmigung nicht erteilt werden konnte, ist die, dass es natürlich zuletzt immer wieder Vereine gegeben hat, die sich darum bemüht haben. Und wenn man jetzt anfangen würde zu sagen, wir ändern das quasi im laufenden Verfahren oder auch in der laufenden Saison und während ja ähnliche Kooperationen auch gerade noch an anderen Standorten angestrengt wurden und werden, dann benachteiligt man natürlich Vereine oder man ruft Vereine auf den Plan, die sagen, wir sind durch diesen Prozess relativ frisch durch und werden jetzt nachträglich eben benachteiligt. Das, was noch ganz spannend ist zu wissen, finde ich, ist die Frage nach der Mindestanzahl von Teams. Also wenn sich ein Team für die erste oder zweite Bundesliga bewirbt mit dieser Übernahme, muss der Klub noch mindestens eine weitere Frauenmannschaft im Elferbetrieb, mindestens zwei Mädchenmannschaften und davon mindestens eine B-Juniorinnen-Mannschaft im Spielbetrieb haben. Es gibt auch noch Regelungen für die B-Juniorinnen-Bundesliga, aber wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen, weil ihr hört das ja alles und könnt es nicht nachlesen. Und wenn wir euch komplett zuballern, dann sitzt ihr nach diesem Segment unter euren Kopfhörern und sagt, was war das denn jetzt? Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir hoffen aber, dass das ein bisschen Licht reinbringt in die aktuelle Lage und eben auch in die Frage, warum es in dem Fall jetzt nicht zu einer Zustimmung gekommen ist. Was aber, also auf jeden Fall, so wie wir das bewerten, total positiv ist, ist der abschließende Satz, den wir als Antwort für unsere relativ umfängliche Anfrage bekommen haben. Und zwar schreiben die Kolleginnen aus der Presseabteilung der DFB, wird den Sachverhalt zum Anlass nehmen, die mit der Übertragung des Antragsrechts verbundenen Normen auf notwendige Anpassung zu überprüfen. Das heißt, das ist eigentlich das Entscheidende aus unserer Sicht. Man hat erkannt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Man hat natürlich früher in dem Umfang auch diese Übertragungsanträge nicht gehabt und auch diese Anträge auf Sondergenehmigungen. Aber dadurch, wie sich die Situation eben verändert hat, hat man jetzt den Punkt erreicht, wo man sieht, okay, wir müssen uns hiermit beschäftigen. Das war jetzt ein sehr langer Monolog. Annika, vielleicht willst du auch noch was dazu sagen. Thema Spielgemeinschaften hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja, und ich glaube, was du jetzt auch noch gar nicht angesprochen hattest, war, dass wenn ein Verein seine Abteilung abgibt, dass er dann drei Jahre lang keine neuen gründen darf. Das ist für mich halt irgendwie eigentlich so der unverständlichste Punkt in dem allen, weil ich kann so die Regelung, wie sie jetzt ist, finde ich, kann man an manchen Stellen irgendwie noch Argumente dafür finden, warum das so ist, weil da natürlich auch irgendwie Sachen ausgenutzt werden könnten oder so. Aber das nicht direkt neu gegründet werden darf und damit ein Verein, der vielleicht im Fußball der Frauen auch erfolgreicher aufgestellt ist als im Fußball der Männer, dann so auf seine wichtigste Identität halt irgendwie für drei Jahre komplett verzichten muss im Zweifel. Das ist halt, finde ich, irgendwie auch so ein sehr großer Knackpunkt. Wobei das was ist, was wir nicht selber angefragt hatten, sondern die Info kommt aus einem Beitrag beim RBB, die sich mit dem Thema im Vorfeld auch beschäftigt haben. Auch den Beitrag werden wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Genau. Genau. Und was wir aber noch angefragt hatten, war die Frage, warum es eigentlich nicht möglich ist, eine Spielgemeinschaft zu bilden. Also weil häufig die abgebenden Vereine natürlich das Bedürfnis haben, im Namen weiterhin in irgendeiner Form aufzutauchen und die Bundesligisten da gar nicht unbedingt was dagegen hätten. Da gab es aber leider inhaltlich nicht wirklich eine Auskunft, sondern eben nur die, dass es nicht vorgesehen ist. Ich finde, dieser Punkt, also warum kann man nicht eine Spielgemeinschaft namentlich haben und eben auch der Punkt, warum kann man die Kinder nicht bis zu einem gewissen Alter im abgebenden Verein behalten, um diesen Teil der Identität zu bewahren. Also das wären so die zwei Punkte, wo ich mir wünschen würde, wenn man das jetzt neu bewertet, verbandseitig, dass man da vielleicht besonders eng drauf schaut. So, und von wegen eng drauf schauen, quatschen wir hier jetzt schon seit einer halben Stunde und müssen mal eng auf die Zeit drauf schauen und uns Richtung Blitznews bewegen. Annika, möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Da hatten wir zum Beispiel unter der Woche die Nachricht aus England, dass es da ab jetzt oder ab bald Equal Access to Football for Every Girl in Schools geben soll. Also es gibt ein 600 Millionen Pfund schweres Förderprogramm über die nächsten zwei Schuljahre von Seiten der Regierung für Schulsport, was erstmal grundsätzlich sowieso super ist. Und da gab es während der EM, einige von euch erinnern sich vielleicht noch ja auch häufiger, die Diskussion, dass es in England gar nicht für jedes Mädchen möglich ist, in der Schule überhaupt Fußball spielen zu können oder daran herangeführt zu werden. Und das soll sich damit jetzt eben auch ändern. Von dem englischen Nationalteam hatte sich da unter anderem Lotte Rubin-Moyle sehr, sehr stark für eingesetzt und hat deswegen jetzt auch nochmal ein Lob von Captain Leah Williamson bekommen, dass sie das eben so gemacht hat und dass das Team natürlich auch stolz ist, dass es so seine eigene Strahlkraft dafür einsetzen konnte. Genau, und dann, wenn wir uns wieder hören, nächsten Montag wird es mit Sicherheit keinen neuen FIFA-Präsidenten geben, obwohl die Wahl ansteht am 16. März, also diese Woche Donnerstag. Wir haben euch einen Film vom ZDF in die Shownotes gepackt, in dem nochmal ein bisschen auf die ganze Thematik geschaut wird. Und in der Frankfurter Rundschau gibt es einen Text, in dem es generell so ein bisschen um das einjährige Jubiläum von Bernd Neuendorf als DFB-Präsident geht. Ich finde es echt erstaunlich, wie schnell dieses Jahr vorbei war. Und ja, ich möchte jetzt also nicht an dieser Stelle ein Fazit ziehen, weil das würde, ehrlich gesagt, nicht so fürchterlich euphorisch ausfallen. Ich finde, bei gewissen Themen ist es schon nach wie vor so, dass es eine sehr starke Tendenz zum Wegducken gibt. Also mich ärgert auch, dass es immer noch nicht klar entschieden ist, dass der DFB Infantino nicht wieder wählt, sondern dass man immer so sagt, naja, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Genau, darum geht es dann im letzten Absatz, das Text ist auch so ein bisschen. Das Einzige, was spannend wird bei der Wahl, ist ja letztlich, wie viele ihm die Gefolgschaft entziehen. Und ja, daraus wird er dann sicherlich auch seine Schlüsse ziehen für die nächste Amtszeit. Aber darüber sprechen wir dann bestimmt nächste Woche nochmal. Genau. Einen Schluss für sich selbst gezogen hat Jennifer Maroschan. Sie hat am Montag bekannt gegeben, dass sie aus der Nationalelf zurücktritt. Mit der Begründung, dass sie jetzt zwar nach ihrer Knieverletzung im Verein, also bei Olympique Lyon, wieder gut reingekommen ist, aber dass sie merkt, dass es einfach zu viel wäre, diese Doppelbelastung da zu haben. Sehr, sehr verdiente Spielerin. Wird auch noch ein würdiges Abschiedsspiel bekommen, nämlich am 11.04., wenn es dann wirklich gegen Brasilien geht. Das wurde inzwischen ja auch bestätigt, dass es das Spiel geben wird. Und da soll sie dann nochmal eingesetzt werden, um sich von den Fans verabschieden zu können. Ich würde mir ja wünschen, dass mehr auch Spieler der A-Nationalmannschaft den richtigen Zeitpunkt für einen Rücktritt finden. Es ist ein Schritt, der mir einen echt wirklich riesengroßen Respekt abnötigt, wenn man selber in der Lage ist zu sagen, das ist der richtige Moment. Und ich sage mal so, das können nicht viele. Wir haben aus den Verbänden wirklich eine große Anzahl von News. Wir fragen uns so ein bisschen, seitdem wir diese Sendung hier seit sieben Wochen machen, hauen gerade alle besonders viel raus. Es ist diese Phase der Saison. Jede Woche haben wir ein dickeres Sendungsdokument. Und deswegen vielleicht einfach nur mal in Ticker-Manier mit dem Hinweis darauf, ihr findet zum Weiterlesen ganz, ganz ausführliche Links in den Shownotes. Zum einen ein Link zum Kicker, zum Thema DFL und wie die Einigung in Sachen der Anpassung bei der 50-plus-1-Regel ausschaut. Da haben wir euch außerdem einen Artikel aus der FAZ verlinkt. Zum anderen war ja kürzlich auch Bernd Neuendorf schon im Sportstudio und hat umfänglich gemeinsam mit Rudi Völler über die Schulden des Verbandes gesprochen. Der DFB braucht einen Sanierungskurs, 19,5 Millionen fehlen. Da gibt es eine ausführliche Meldung vom Sportinformationsdienst SID dazu. Eine positive Neuigkeit ist, dass die Kommission Fanangelegenheiten beim DFB ihre Arbeit aufnimmt. Ich habe lustigerweise vor dieser Sendung das aktuelle Sportgespräch im Deutschlandfunk gehört, wo ich jetzt natürlich gerade die Namen nicht alle zusammenbekomme. Aber Michael Gabriel von der Koordinationsstelle für Fanprojekte war da im Gespräch mit einem Polizeiverantwortlichen aus Baden-Württemberg und einer Kollegin aus dem Dachverband der Fananwältinnen und Anwälte. Und es war echt schon, also man hat es teilweise so die klirrende Kälte gerade zwischen der Anwältin und dem Polizisten gespürt. Und der Moderator hat es auch so ein-, zweimal angesprochen. Und der Michael Gabriel hat dann immer so ein bisschen versucht zu vermitteln, was ja natürlich bei der COS auch so seine prinzipielle Rolle ist, die ja ganz, ganz wunderbar ausfüllt. Aber also man kann nur sagen, je mehr wirklich miteinander gesprochen wird und auch mit einem wirklichen Klärungsanliegen und nicht nur so nach dem Motto, wir lassen die Leute mal ein bisschen erzählen und dann machen wir aber so weiter wie bisher, umso besser. Und dass es diese Kommission Fanangelegenheiten jetzt gibt und ja, ist nur zu begrüßen und alles, was es an Dialog gibt zwischen Verbänden, Fans und dann natürlich am anderen Ende auch hier so Richtung Zusammenarbeit mit Sicherheitsapparat und so, kann nur positiv sein. Es ist so, das hat der Michael Gabriel auch nochmal bestätigt, das nehmen wir an der Stelle vielleicht kurz mit rein. Wenn ich sage, ich tickere, dann tickere ich am Ende ja doch wieder nicht. Also es ist so, dass man seit der Wiedereröffnung der Stadien nach Corona festgestellt hat, dass es eben an dem einen oder anderen Standort eine Zunahme von Gewaltbereitschaft gibt. Es ist aber immer noch so, dass das eine verschwindend geringe Menge ist und dass Fußballstadien für Großveranstaltungen unglaublich sichere Orte sind. Also auch der Kollege von der Polizei hat gesagt, es gibt nach wie vor im Durchschnitt einen Verletzten pro Spiel oder pro Spieltag. Das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es sind jedenfalls für Großveranstaltungen sehr, sehr, sehr geringe Zahlen. Und wenn man dann aber halt sieht, was auch seit Corona teilweise von der Polizei eben aufgefahren wird, dann ist das ein Thema, auf das man weiter drauf schauen und mit dem man sich weiter auseinandersetzen muss. Wir haben das hier zuletzt schon das eine oder andere Mal gehabt. Annika, übernimm doch mal, bevor ich mir einen Knoten in die Zunge geredet habe. Dann versuche ich jetzt mal, das mit dem Ticker durchzuhalten. Wir haben nämlich einerseits die Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen, die terminiert wurden. Das Spitzenspiel gibt es auch live im ZDF. Dann wurde, was für mich immer ein sehr, sehr spannender Tag im Jahr ist, der Rahmen-Termin-Kalender verabschiedet. Ich habe das, soweit es geht, alles schon in meinen Kalender eingetragen. Sehr, sehr spannend, dass der letzte Spieltag der Bundesliga der Frauen komplett an, was war es, Pfingstmontag ausgetragen wird. Also ja, es ist ein Feiertag, aber Montagsspiele und dann gleich so viele Montagsspiele. Ich möchte da bitte noch mal die Fahne mit dem Fragezeichen in die Luft halten. Dann wurde bei den Ausschutzvorsitzenden der Frauen-Bundesligisten Tobias Trittl bestätigt, der jetzt auf Sigi Dietrich folgt. Das war ja schon ein bisschen länger anmoderiert und ist jetzt dann damit offiziell. Und genau, damit sind wir dann jetzt bei unserer Kategorie der Leseempfehlung. Die ist neu. Du hast doch hier das tolle Gerät, Annika. Machen Sie mal einen Trommelwirbel oder irgendwie sowas. Tja, soweit sind wir noch nicht. Ich hätte ein Ehrhorn anzubieten, aber ich glaube, das möchte niemand. Ich möchte. Ja, tut mir leid, falls ich jetzt gerade die Ohren empfehle. Ich fange mal an. Unsere sehr geschätzte Kollegin Helene Altgeld hat den Text geschrieben. Elf Freundinnen mit Wut im Bauch für das IPG-Journal und hat sich damit noch mal mit den jüngsten Revolten im Fußball der Frauen in den verschiedenen Nationalverbänden auseinandergesetzt. Sehr, sehr lesenswert. Schaut es euch gerne an. Genau. Ebenfalls sehr, sehr lesenswert ist ein Text bei der Taz. Und zwar ist ein Zitat daraus, dass hinter dieser parlamentarischen Initiative, die zwar absurde mittlerweile, aber DFB-offizielle Haltung steckt, dieser Homo-Kram sei verantwortlich für das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Bei der WM darf man mit guten Gründen vermuten. Da fällt einem jetzt vielleicht erst mal ganz kurz die Kinnlade runter, aber es geht eben tatsächlich um eine Anfrage, die genau das nahelegt. Und das ist sehr lesenswert, sich damit zu beschäftigen, wie an dieser Stelle Fußball instrumentalisiert wird. Deswegen legen wir euch das in die Shownotes. Genau. Dann gibt es bei Übermedien noch einen Text, der sich damit beschäftigt, dass die problematische Sicht auf Fans ein andauerndes Problem ist, vor allem mit den Konsequenzen, die dann aus dieser problematischen Sicht auch wieder herausgezogen werden. Und da kann man vielleicht kurz für den Hintergrund noch sagen, dass es vorher einen Text in der SZ gab, der sich mit dem Fanausschluss der Frankfurt-Fans jetzt in Italien beschäftigt. Und der das so mehr oder weniger, ja, also so ein bisschen war die Aussage, da muss man sich ja auch nicht wundern, weil Fans sind halt alle gewalttätige Vollhonks. Und was soll die arme Polizei anderes machen? Schließt so ein bisschen an das an, worüber wir gerade gesprochen haben. Und André Resin hat dazu eine sehr gute Replik bei Übermedien geschrieben. Genau. Dann machen wir weiter mit einem Text von The Athletic, wo es darum geht, dass die UEFA vielleicht dazu genötigt werden wird, ihre Homegrown-Player-Regelung verschärfen zu müssen, um die an das EU-Recht anzupassen. Da, das wird im Moment geprüft, ob das nötig ist oder nicht. Im Text wurde ein Experte dazu befragt, der halt meinte, eigentlich ist es für ihn wahrscheinlich so, dass es nicht unbedingt passieren muss. Es sei denn, der Fußball möchte sich noch mehr von dem EU-Recht absetzen. Aber genau, lest es euch am besten selber durch. Es ist sehr spannend. Also vor allem, ja, was sich daraus dann auch wieder ergeben könnte. Genau. Und dann haben wir noch drei Empfehlungen in aller Kürze zum Thema Strukturen und Finanzen im Fußball. Zum einen oder überhaupt im Sport der Frauen hat die liebe Jollela Eigen uns eine tolle Empfehlung rübergeschoben. What the NBA can learn from Formula One. Legen wir euch sehr ans Herz. Zum anderen, ich ticker jetzt ausnahmsweise wirklich mal, Kick-In auf der Suche nach den Frauen im Profifußball. Die tollen KollegInnen von Kick-In sind euch sicherlich schon ein Begriff. Die haben vergangene Woche anlässlich des Weltfrauentages mal ein bisschen da auf Zahlen geschaut. Und das ist auch ein sehr spannender Einblick. Und ebenfalls in The Athletic gab es unter der Woche einen sehr lesenswerten Text zum Thema Gender Pay Gap. How do Premier League Clubs compare? Auch diese drei legen wir euch in aller Kürze in die Shownotes. Wir könnten mit den Themen, die es alleine im Fußball der Frauen gibt, wirklich jeden Tag eine halbe oder Dreiviertelstunde sprechen. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was anfangen könnt mit dem sehr umfänglichen Empfehlungs-Szenario, was wir hier auslegen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Feedback dazu gebt, wie das für euch eigentlich so ist. Habt ihr da Bock drauf? Was habt ihr vielleicht sonst noch irgendwie für Wünsche oder Gedanken? Wir freuen uns jedenfalls jede Woche auf den Und hier für euch der Kacksprech der Woche. Ja, der Kacksprech der Woche, er fliegt wieder diese Woche in Richtung der Verbände, die zuständig sind für das Nationalteam der Blinden- und Sehbehindertenfrauen im Fußball und das Nationalteam, das es da gibt. Das wäre nämlich eigentlich qualifiziert dafür oder ist qualifiziert dafür, bei der WM teilzunehmen. Im August 2023 findet nämlich in Birmingham erstmals eine Blindenfußball-Weltmeisterschaft statt, bei der auch das Frauen-Nationalteam teilnehmen kann. Allerdings gibt es dafür eben keine offizielle Unterstützung durch die Verbände oder von anderer offizieller Seite mit der Begründung, dass der Fußball der Frauen der Blinden- und Sehbehinderten Menschen eben nicht als paralympische Sportart anerkannt ist und demnach dann nicht als unterstützenswert angesehen wird. Deswegen sammelt das Team gerade Spenden über Toyota. Und ihr dürft mal raten, wie das mit dem Nationalteam der Männer ist. Na? Genau. Das ist nämlich als paralympisches Sportteam anerkannt und hat dementsprechend Fördergelder und nicht die gleichen Probleme. Wie es halt so ist. Deswegen ist das unser Kack-Specht und deswegen haben wir am Ende dieser Sendung sozusagen einen dreifachen Anschlag auf eure Geldbeutel vor. Ich drösel das mal kurz auf. Zum einen finden wir es sehr, sehr unterstützenswert, diesem Team Gelder zukommen zu lassen. Annika hat es gerade schon gesagt, die sammeln. Auch hier findet ihr Infos in den Shownotes, wo ihr wiederum das Team und die Möglichkeit zu spenden finden könnt. Zum anderen wisst ihr ja bereits schon, dass der Rasenfunk Annika nach Australien schickt. Dafür braucht der Rasenfunk natürlich finanzielle Unterstützung, weil das ein bisschen über das Sendungshonorar hinausgeht, was da an Geld zusammenkommen muss. Weil Annika wollte auch nicht schwimmen. Die stellt sich da so ein bisschen an. Ich bin ja eine große Schwimmerin, aber gut, Annika möchte unbedingt mit dem Flugzeug. Flugzeug nach Australien. Deswegen findet ihr auf www.rasenfunk.de alle Infos darüber, wie ihr Annikas Australienreise unterstützen könnt, die ja dann am Ende des Tages auch uns hier zugute kommt, weil wir natürlich auch während Annika die WM begleitet sprechen werden. Mal gucken, ob wir es auch wöchentlich schaffen, aber so prinzipiell haben wir es vor. Und natürlich, wenn ihr Lust habt und sagt, Mensch, das hat mir jetzt wieder Spaß gemacht, die Dreiviertelstunde, dann könnt ihr uns auch einen Kaffee spenden. Die Infos dafür findet ihr auf unserer Homepage. Und die Kaffees, die ihr uns momentan spendet, darf Annika dann auch alle in Australien trinken. Und das war es auch schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Wir haben immer Spaß und lernen in der Vorbereitung jede Menge. Vor allen Dingen haben wir auch mal wieder gesehen, wie viele coole Journalistinnen und Journalisten im Sport, im Fußball, im Fußball der Frauen unterwegs sind und da sehr spannende Arbeit machen. Deswegen platzt unsere Linkliste wieder aus allen Nähten. Und danke auch an die KollegInnen und natürlich an meine Lieblingskollegin Annika, die mir hier zugeschaltet ist und ich ihr. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.